Meine Lieblingszeitung ist die Allgemeine Zeitung und die lese ich jetzt digital. Bleiben auch Sie immer und überall auf dem Laufenden. Entdecken Sie das E-Paper bereits am Vorabend. Top aktuelle Nachrichten in der News-App und exklusive Plus-Inhalte auf allgemeine-zeitung.de. Und das Beste, ein neues iPad oder Samsung-Tablet gibt's gleich mit dazu. Die Allgemeine Zeitung. Digital, regional, unverzichtbar. Jetzt bestellen unter allgemeine-zeitung.de slash tablet. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. April. Wetzlarer steht wegen Beamtenbeleidigung vor Gericht, Schlägerei in Limburger Gemeinschaftsunterkunft und Filmdreh in der Marburger Uni. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Wetzlarer musste sich am Amtsgericht wegen einer Reihe von Straftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann, der zur Tatzeit noch unter Bewährung stand, vor, Personen bedroht zu haben. Als zwei Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, habe er sich widersetzt und die Beamten beleidigt. Dabei sollen die Beamten Prellungen erlitten haben. Monate später soll er einen der Polizeibeamten auf der Polizeistation verbal beleidigt haben. Bei dem ersten Vorfall im letzten Juli soll der Angeklagte trotz starker Alkoholisierung und trotz des Konsums von Drogen Auto gefahren sein. Der Angeklagte zeigte Reue, er habe seinen Alkoholkonsum mittlerweile reduziert. Die Richterin verurteilte den Mann schließlich zu elf Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung, die auf drei Jahre ausgesetzt wird. Zudem wird ihm die Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein einbehalten. Er muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und Beratungsstunden bei der Suchthilfe in Anspruch nehmen. Nach einer Schlägerei in einer Limburger Gemeinschaftsunterkunft hat es mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie gegen halb neun abends in die Straße auf der Heide gerufen. Dort würden sich mehrere Personen schlagen. Die Streifen trafen im Hof der Unterkunft auf mehrere Männer, die sich stritten. Aufgrund der Sprachbarriere gestaltete sich die Ermittlung des Sachverhaltes laut Polizei schwierig. Mehrere Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt. Unter den Verletzungen waren auch Schnittverletzungen. Wie die Polizei mitteilt, waren offenbar zwei Gruppen aus der Unterkunft in Streit geraten. Die Diskussion haben sie dann mit den Fäusten ausgetragen. Ein Mann soll auch ein Messer eingesetzt haben. Insgesamt blieb es bei eher leichten Verletzungen, so die Polizei. Hollywood Feeling in Marburg. Die Dreharbeiten für den Film Silent Friend der Regisseurin Ildiko Enyedi sind gestartet. Ihr Film spielt in drei Epochen, vorwiegend im alten Botanischen Garten in Marburg, in dem ein Baum ein stummer Zeuge des Wirrwarrs ist. Hauptdarsteller ist Toni Leung Chiwai. Eine weitere Rolle übernimmt Ex-James-Bond-Girl Lea Seydoux. Gedreht wurde nun auch im Foyer der Unibibliothek, wo es spektakuläre Ausblicke auf den Botanischen Garten, die Oberstadt und die Elisabethkirche gibt. Das Kunststück der Filmemacher war es, die Dreharbeiten während des laufenden Betriebs in der Unibibliothek über die Bühne gehen zu lassen. Denn die UB blieb prinzipiell weiter geöffnet. Die Dreharbeiten seien gut angelaufen, hieß es nun. Für die weiteren Arbeiten gab es zudem vereinzelt Sperrungen in der Oberstadt. Bis der Film zu sehen ist, geht allerdings noch einige Zeit ins Land. Die Bundeswehr kündigt erneut nächtliche Übungsflüge von Kampfhubschraubern in Mittelhessen an. Piloten trainieren jeweils von Montag bis Donnerstag Nachtflüge. Die Einsätze dienten der Weiterbildung junger Kameraden. Mit den Kampfhubschraubern sollen auch Tiefflüge unter 100 Fuß, also etwa 30 Meter, geübt werden. Dabei kann es laut Bundeswehr möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Jedoch werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln. Grob erstreckt sich das Einsatzgebiet von Alsfeld und Marburg über Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld. Auch in anderen Gebieten sollen die Kampfhubschrauber unterwegs sein. Übungsflüge dieser Art gab es in der Vergangenheit mehrfach, zuletzt im März und im Januar. Für Lärmbeschwerden steht ein Bürgertelefon zur Verfügung. Die Böden in den hessischen Wäldern erscheinen Besuchern auf den ersten Blick extrem feucht. Dennoch besteht in Teilen des Landes derzeit das Risiko für einen Waldbrand. So besteht laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes DWD aktuell Gefahrenstufe 3 von 5, also mittlere Gefahr in verschiedenen Regionen, beispielsweise in Südhessen oder im Vogelsberg. Teils lag der Index in den vergangenen Tagen noch höher. Bei der Berechnung spielen unter anderem Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag eine Rolle. Derzeit sei aber hinsichtlich der Brandgefahr vor allem entscheidend, dass die Wälder noch kaum belaubt sind und den Boden nicht beschatten, erklärt ein Waldbrandexperte vom DWD. Böttcher betont, bei Warnstufe 3 sei es noch nicht so, dass der kleinste Funke ausreicht, um einen Brand auszulösen. Aber der Wald könnte durchaus brennen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de www.mittelhessen.de